So Leute, es ist Freitag, Burby Time. Ich empfehle euch dringend, heute nach draußen zu gehen. Es ist Topwetter, nutzt das. Und drinnen macht es sich ungünstig. Schafft ihr quasi immer nur eine Wiederholung sozusagen. Burby Frog Jumps. Das bedeutet, ihr macht die Burbys mit einem beiden Sprung nach vorne. Geht in die Hocke, macht den Legestütz, Handenhocken. Kennt ihr alle? Von der Burpee Meile. Also wie gesagt, am besten nach draußen gehen. Drinnen macht es sich ungünstig. Achtet darauf, dass ihr Schuhwerk anzieht, mit dem er nicht ausrutscht. Das heißt, springt so weit wie möglich, aber so sicher wie nötig. Okay? Sportfrei. Achso, ja, wie viel? Ich sage mal, die Einsteiger sollten es erstmal bei fünf am Stück belassen. Und die Pros, die können zwischen 10 und 20 machen oder halt die Burby Meile durchweg. Und dann müsst ihr halt mal gucken, nehmt euch eine Minute Zeit. Also für die Einsteiger würde ich wirklich sagen, nicht mehr als zehn Runden heute. Die Pros, die verkraften die Impact Belastung. Die können ruhig eine Runde durchdrehen. Sportfrei. Bis gleich.